Im Raum von Netuno. Durch einen groß angelegten Landungsversuch glaubten die Anglo-Amerikaner, dem harten Kriegsgeschehen an der Südfront hier eine entscheidende Wendung geben zu können. Sie haben abermals die deutsche Widerstandskraft und die Beweglichkeit unserer Führung unterschätzt. Deutsche schwere Geschütze sind in großer Zahl auf den Brückenkopf angesetzt worden und haben dem Gegner bis zur Stunde jede Möglichkeit genommen, seinen Einbruch im vorgesehenen Maße zu erweitern. Im Gegensatz zum Abschnitt Casino ist der Raum von Netuno ein flaches Gebiet, das unseren Kräften gute Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Schwere Artillerie-Duelle bestimmen den Kampf bei Netuno. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017